Gibt es noch eine Möglichkeit für Rapid? Ja, es gibt das Tor. 1 zu 0 Rapid. Mit Brüder Burgstahler. Aus dem Nichts. Aus einem Einwurf. Schulz und Stumberger verlängern. Ideal für Burgstahler. Und der hat kein Problem mehr hier, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Also das war viel zu billig, viel zu einfach. Bei der WSG personell nur zwei Ausfälle mit Skripo und Okungboba. Aber wir sehen hier die Optionen, die Silberberger noch hat für die Offensive. Sean Rogl, auch Julius Erdeltaler wieder fit und auch Sandy Ogrenetz wieder einsatzbereit. Wir sehen aber das 2 zu 0 von Rapid. Marco Grüll, 51. Spielminute. Der WSG Schreck hat wieder zugeschlagen. Was für eine Geschichte als Joker gekommen für den verletzten Max Hofmann. Toller Lauf von ihm in die Tiefe. Perfekter Pass. Und dann ein idealer Abschluss. Keine Chance für Oswald. Der Pass von Koszelnik. Ideal in den Lauf von Marco Grüll. Und dann eiskalt. Was für ein Einstand für Ogrinetz. Ein paar Sekunden auf dem Platz und dann verschuldet er einen Elfmeter. Klare Sache geht da etwas ungestüm in dieses Duell. Und Martin Koszelnik erneut dabei. Die große Chance für Guido Burgstaller, dieses Spiel hier zu entscheiden in Minute 57. Einen Elfer hat er Rapid in dieser Saison bereits. Den hat Burgstaller verwandelt. Trifft er auch heute. Burgstaller gegen Oswald. Die Saison ist sehr souverän. 3 zu 0 Rapid. Gratuliere für den Wien gegen WSG Tirol. Wie wichtig war der Wien heute? Dieser Wien ist so wichtig für uns. Wir brauchen diese drei Punkte. Wir haben uns auf der Saison und der Saison vor. Vor dem so wichtigsten Spiel. Ich denke, wir haben die Spiel nicht gut gemacht. Aber bei dem Moment. Wir waren besser und besser. Die erste Halb war nicht der Beste von uns. Aber wir schiefen das Ziel. Wir haben 1 zu 0 gewonnen. In der zweiten Halve waren wir sehr gut in der Schlussfolgerung, weil wir gute Chancen haben und wir scoren von jeder Chancen. Das ist das beste für unsere Statistiken, für die Vorwärter und für die Wings, weil wir diese Selbstbewusstsein brauchen für unsere nächsten Spiele. Wie fühlst du mit deinen drei Assisten? Das ist perfekt, das ist der erste Assistenz in der Austrian League. Ich bin so glücklich, dass ich das Team mit den Assistenz helfen konnte. Was ist denn? Ich bin so glücklich und das ist ein sehr guter Gefühl. Jukic kommt noch mal zum Ball, Hedl, und dann ist es noch mal heiß und elf Meter. Das Foul an Dominik Fitz und elf Meter für die Auswehr, was für eine Phase jetzt. Da schien die Situation fast schon geklärt zu sein, aber mit etwas Ballglück war da noch Fitz zur Stelle. Jetzt gibt es natürlich Kontakt mit Harald Lechner. Hier ist noch alles sauber. Jukic, da kommt Hedl, Kosellik mit Pech. Und Solbauer und Kosellik nehmen Fitz in die Zange. Also ich denke, die Entscheidung wird nicht zurückgenommen. Das war mit Sicherheit keine klare Fehlentscheidung. Und das nimmt Fitz nun sehr gerne an in dieser Situation. Wer hätte das nicht gemacht? Und jetzt gibt es für ihn die große Chance. Aufs 2-0. Er, der zuletzt so oft auf die Latte oder Stange geschossen hat, hat die Möglichkeit auf das frühe 2-0 für die Austrem-Darby. Das Duell mit Niklas Hedl, souverän verwandelt. Wie fühlt sich die Wiener Darby in der nächsten Woche? Ja, ich freue mich auf das Derby, denn es ist ein großes Spiel für Rapid. Und ich weiß, dass ich von Beginn hierher komme. Wir spielen nicht gegen die Austriere. Aber jeder will dieses Spiel. Wir haben zwei oder so gewonnen. Und ich weiß, dass jeder von Fans, von unserem Team, von der Realisation Team, ein gutes Spiel für uns. Und solche Bälle muss Philipp Köhn in der Bundesliga auch nicht allzu häufig weit wegschlagen. Aua. Nächste gute Flanke. Gruselnik. Pitsch. Zieht auf gegen Ulmer. Ball noch im Spiel. Ja, man sieht, Rapid hat gute Lösungen, immer wieder Stress im Strafraum der Salzburger, ungewohnte Situation, noch dazu mit so einer Führung. 20 Minuten gespielt. Peter, wir sehen ein bemerkenswertes Fußballspiel. Und Rapid mit dem 1 zu 1. Und jetzt mehr als verdient, muss man ganz einfach sagen. Mehr als verdient. Leopold Querfeld mit seinem ersten Tor in der Fußball-Bundesliga. Zum 1 zu 1 in Salzburg. Niemand. Wirklich niemand hätte im Vorfeld mit so einem Spiel gerechnet. Bis hierhin. Beginnend beim weiten Einwurf von Koselnik. Roman Kerspong. Den Rempler. Platz für Szczko. Platz für Sucic. Und eine wichtige Defensivaktion. Von Querfeld geht noch weiter. Salzburg wieder dran. Und die Chance. Querlatte. Unangenehm für einen Torhüter, der kaum beschäftigt ist, wenn er dann plötzlich gefordert wird. Schönecke gesucht. Da verschätzt sich Berger. Ja, das gibt's ja nicht. Auch der Ball. Nicht im Tor. Da haben wir uns nochmal die Möglichkeit an. Berger verschätzt sich. Sehr schön die Reingabe. Aber da ist, glaube ich, noch Marc kurz dran mit dem 10. Na. Aua. Wieder der schöne Diagonalpass hinaus. Jetzt muss es ja soweit sein. Es ist auch soweit längstfälliger Ausgleich. Wieder nach dem selben Strickmuster. Wie zuvor die Chance von Burgstaller, als der Ball noch drüber sprang. Sehr schön dieser Diagonalpass. Genau in die Richtung raus, wo die Rapid Fans sind. Jetzt. Kleine Erleichterung bei Zoran Barisic. Ja. Die Diagonal raus. Die Diagonalpass. Die Diagonalpass auf Kulturs. Ich freue mich auf dich auf das Stadion. Grün-Weiß. So, da gibt es jetzt natürlich auch nochmal heftige Reklamationen von Seiten der Hartberger. Schauen Sie mal auf die Emotion von Alexa Page in Richtung der Fans. Auch Moorman nochmal mit der Aufforderung, Gas zu geben. Bernhard Zimmermann macht es am Ende. Und es ist sein fünftes Saisontor, wenn dieser Treffer Bestand hat. Wird natürlich alles nochmal genau gecheckt. Dieser Zweikampf zwischen Burgstaller und Rotter ist natürlich ein Thema. Aber Schiedsrichter Ebner lässt diese Szene weiterlaufen. Und die Frage ist, ob dieser Einsatz von Burgstaller noch regelkonform ist. In diesem Fall sehe ich da nicht unbedingt eine klare Fehlentscheidung. Und das ist natürlich auch ein Kriterium. Der Abschluss von Kershbaum wird dann noch abgefescht, sodass Svete nicht mehr rankommt. Da passt dann alles zusammen vom Timing her bei Zimmermann, der reinzieht. Und sich nicht mehr am Abschluss hindern lässt. Stolkovic, der heute vor allem Defensivaufgaben bisher zu erledigen hat. Ich bin nach vorne von Montenegriiner wenig zu sehen. Wieder Kröhl. Da muss dann Ziais hinaus. Als Stolkovic noch nicht da ist. Rapid bleibt im Ballbesitz. Schick. Koschelnik. Burgstaller lässt durch. Burgstaller! 1-0 Rapid. Mit der ersten gefährlichen Aktion geht Rapid in Führung. Und Kompliment an Ferdi Treuf, der hier den Ball weiterlaufen lässt. Der Torschütze. Punkt Nummer 9. Also der Ball von Kröhl zunächst eben für niemanden. Aber Schick hält die Kugel im Spiel. Und dann achten wir im Zentrum nach dem Ball von Koschelnik. Burgstaller lässt durch, Treuf spielt die Kugel weiter. Wenn es gewollt war, war es sensationell. Und das war, glaube ich, auch genauso geplant. Und dann trifft Burgstaller den Ball noch mit dem Außenriss vor Schlager und vor allem auch vor Lückenheder. Keine Chance für den Last Goalie. Martin, dein erstes Spiel mit Rapid Vienna. Wie war dein Gefühl? Ja, es war gut. Ich bin glücklich, dass ich für Rapid spielen kann. Es war ein sehr schweres Spiel, weil es so heiß ist. Ja, und wir gewollt zwei Kugel, aber es ist nicht gut für unsere Fehler. Aber ich denke, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Und ja, mein Gefühl ist gut. Dann bin ich glücklich, dass ich hier' bin. Bis zum nächsten Mal.